Chahel, das heutige Spiel war eigentlich ganz schnell gelaufen. Ja, uns ist es zum Glück eigentlich von Anfang an gelungen, uns gute Zurschaffen zu erarbeiten. Haben heute relativ viele auch noch ausgelassen, aber konnten zum Glück durch gute Aktionen schon relativ früh jetzt 2-0 in Führung gehen. Auf diesem Moment läuft es mit MSV ganz gut. Eigentlich darf der Aufstieg nicht mehr schief gehen, oder? Ja, wir haben jetzt immer noch 8 Punkte Vorsprung. Ich glaube, Kloppenburg hat auch gewonnen, so viel mehr ist. Ja, und jetzt dürfen wir es uns echt nicht mehr nehmen lassen. Wir spielen so souverän jetzt schon die ganze Saison und da können wir uns nur noch selbst im Weg stehen. Du warst ja heute auch Mannschaftsführerin, bisschen mehr Verantwortlichkeit oder eine Ehre? Natürlich auch eine Ehre, wenn es so läuft, dann ist man immer, führt man die Mannschaft gerne an, aber es spielt ja eigentlich keine Rolle, wer die Binde tragt, weil wir haben hinten unsere Verantwortung, dass wir dicht halten hinten und die Leute führen von hinten und da spielt eigentlich gar keine Rolle, ob man jetzt die Binde an hat oder nicht. Nächste Woche geht es nach Wolfsburg, das wird vielleicht noch ein schweres Spiel, aber wenn man wie heute wieder die Null halt, darf es gut gehen. Ja genau, primär ist natürlich das Ziel hinten dicht zu halten und vorne sind wir so gut besetzt, da können wir immer Alarm vom Tor machen und dann bin ich überzeugt, dass auch dort wieder Tore reingehen werden. Für dich wird natürlich die nächste Woche danach, ganz wichtig, mit der Schweiz, dann geht ihr nach Holland für die Qualifikationsrunde dafür zum Olympiade. Ja genau, das werden auch drei harte Spiele werden, drei enge Spiele, bin ich von überzeugt. Und wir setzen alles dran, dass wir diese Qualifikation erfolgreich abschließen. Wer siehst du als Favoriten der vier? Ich finde es mega schwer zu sagen, ich finde wir sind eigentlich alle auf Augenhöhe, wir müssen jedes Spiel alles rausholen, alles geben, um diesen Sieg davon tragen zu können und so kann ich jetzt bei uns für wirklich keinen Favoriten ausmachen. Das erste Spiel gegen Niederlande wird wahrscheinlich das meist wichtige und das meist schwierige. Ja natürlich, Niederlande zu Hause sind sie sicherlich top motiviert, das Stadion ist ja schon ausverkauft und es wird sicherlich ein schweres Spiel, aber auch das können wir meistern und wir gehen ganz bestimmt positiv in dieses Spiel und freuen uns darauf. Und dann nach der Qualifikationrunde, dann kommt noch ein ganz wichtiges Spiel, zu Hause gegen Italien. In die EM läuft es gut, aber das ist eigentlich auch das beschlossene Spiel. Genau, das wird sicher nochmal wegweisen werden und auch da, wie auch schon im ersten Spiel gegen sie, war es eng. Auch dort hätten wir auch in den Rückstand gehen können und von daher werden die nächsten vier Spiele mit der Nazio bestimmt alle sehr entscheidend für den nächsten Sommer oder im Jahr dann. Okay, ich wünsche Ihnen jeden Fall ganz viel Glück, gegen Italien bin ich dabei und in Holland sehen wir uns natürlich. Danke. Bis dann. Tschüss.